Die Versionen, die jetzt hier fliegt, aber das Original ist relativ alt. Das Flug war 1961 und die Instellung bereits 1966. Insgesamt wurden über 1200 Modelle gebaut. Aber es ist interessant, dass die originalen Instellungen eine sehr andere Art von der ersten Flugbrief, die 1. 1961 haben. Und seitdem hat eine 1200 Modelle gebaut, das ist jetzt sehr erfolgreich. Und Sie können sehen, dass die Royal Air Force also geübten eine sehr schwerer Leut mit einem Sattahuck, nicht so schlecht. Die Sattahuckung hat eine der Ja, wir sehen, dass dieses schwer belastet fängt ab sogenannten Setterhub, also einem mittleren Haken, der, wie vorhin schon erwähnt, bis zu 11.000 Kilo belastet werden kann. Zusätzlich hat er noch einen Haken weiter vorne und einen weiter hinten. Der Chinook hat eine Gesamtlenke von über 30 Metern, eine Rotordurchmesser von über 18 Metern, eine Höhe von knapp 6 Metern und ein maximales Startgewicht von knapp 23.000 Kilogramm. 30.14 Metern long, with a rotorspan of 18.2.9 Metern. Chinook hat eine Maximum Startgewicht von 22.688 Kilogramm. Boeing, currently producing between 3 or 4 aircraft a month. 20 countries operate. The Chinook, including 8 NATO countries, UK, Netherlands, Spain, US, Canada, Italy, Turkey, Greece. Er hat zur Zeit produziert Boeing ungefähr 3 bis 4 Flugzeuge pro Monat. Und der Chinook wird in 20 Ländern betrieben. Davon 8 NATO-Staaten. Die England, Niederlande, Spanien, USA, Kanada, Italien, die Türkei und Griechenland. Very definitely combat proven. There have been a number of cases recently in Afghanistan, where Royal Air Force Chinooks have returned to base, with their crews and their passengers all alive, with a great number of holes in them. This is one tough aeroplane. Und der Chinook is natürlich zur Zeit auch in Afghanistan und anderen Krisenszenarien im Einsatz. Und dort gibt es schon einige Fälle, wo der Chinook sicher nach Hause kam und die Besatzung und die anderen Truppen an Bord sicher nach Hause gebracht hat, obwohl unzählige Schüsselerterungen auf der Chinooks zu finden waren. Also sehr robust. Und das macht so ein Fuggerät natürlich für den Einsatz besonders geeignet. Und das macht so ein Fuggerät. Und das macht so ein Fuggerät. Vielleicht ein interessantes Detail, der Chinook ist eins von nur zwei Fluggeräten weltweit, die bereits Anfang der 60er Jahre entwickelt wurden und in Aasflug hatten und heute immer noch produziert werden, in natürlich deutlich abgeänderten Versionen. Und das ist eben die C-47 Chinook und die C-130 Hercules. Und von diesem Flugzeug gibt es auch verschiedene Versionen, die hier auf der ILA 2018 zu bestaunen sind. Ja, es ist faszinierend, dass die am meisten bemerkenden Bands sind die C-130 Hercules. Was interessant ist, dass die US-Army-Buster die Flugzeuge bis 2065 operiert, bis zum Jahr 2065. So theoretisch, wenn die 4. US-Army die Chinook bis 2065 operiert, also das ist noch sehr, sehr lange. Wenn man das jetzt ein bisschen vor sich hinstellt, dann ist es wirklich so, dass der Vater des letzten Chinook-Piloten noch nicht mal rumwollen ist. Also das ist eine sehr, sehr lange Zeitspanne. Und der Chinook würde dann eine Zeit von über 100 Jahren erreichen in den verschiedenen Versionen. Das ist natürlich auch ein Zeichen für den Erfolg und für die Qualität dieses Fluggeräts. Das ist natürlich auch ein Zeichen für den Schöne, der sich in den Schöne, der sich in den Schöne und der Schöne und der Schöne und der Schöne. Das ist natürlich auch ein Zeichen für den Schöne und der Schöne.